Geboren war Gigi zum Star auf dem Eis. Heute verläuft sein Leben in anderen Bahnen. Wohnt's? Wie läuft's denn, Profi? Super. Doch das soll sich alles ändern. Man sollte mehr aus dem Leben machen. Wir sind doch voll dran. Was kann's denn? Der Ligaerhalt. Du bist jetzt bald 50. 47. Die Saison ist vorbei, Gigi. Tut mir leid. Du hast doch null Ahnung von Hockey. Ein Comeback. In der Damm-Mannschaft. Du mit deinen Hura-Scheiss-Ideen! Hör den Gang doch wieder Postverträge! Was machst du da? Postverträge? Mitten in der Nacht. Jetzt muss Gigi nicht nur sein wichtigstes Spiel sondern auch seine Familie zurückgewinnen. Du musst keine Karte. Nein. Aber du musst jetzt durch. Woher willst du jetzt die fehlenden Top-Spieler auch nicht zaubern? Hey, hoi! Ein bisschen Bewegung würde meine auch nicht schaden. Mitten in ihr da, ihr alter Sickler! Hey, Girls. Und du musst selber wieder in die Hose. Wenn die wieder anfangen zu Hockey spielen, dann sitzt sie nicht immer in der Beine zusammen. Dann sitzt sie nur noch in der Beine zusammen. Hast du auch wieder recht. Weisst du was, Oppi? Da hinein bestimmen wir, was musiktechnisch abgegeht. Sonst spielen wir einfach nicht. Mäut herei auf der Baumti quasi. Dann wollen wir mal. Komm schon aus. In dem Alter bin ich nicht aus. So sieht es aber nicht aus. Es gibt ja auch nicht, dass das alles nur wegen ihrer Macht. Jungs, heute ist das richtigste Spiel von eurer Karriere. Let's go!